Bei Schaltungen, die sensibel auf Stromausfall reagieren, ist es nützlich, wenn dem Benutzer angezeigt wird, dass es eine Stromunterbrechung gab. Die folgende kleine Schaltung signalisiert das durch eine blinkende LED. Dabei kommen wir mit einem Logik-Schaltkreis mit 4 Nent-Gattern aus. Gatter 3 und 4 bilden einen universellen, astabilen Multivibrator. Die Zeitkonstanten werden durch C2 und R3 und C3 und R4 festgelegt. Die Widerstände können Werte von 300 Ohm bis 3,3 Kiloohm annehmen. Für die Kondensatoren sind 100 Picofahrrad bis einige Mikrofahrrad möglich. Die Blinkfrequenz berechnet sich in etwa nach dieser Formel. Über den zweiten Eingang von Gatter 3 kann der Generator ein- und ausgeschaltet werden. Bei einem Low, also einem niedrigen Potential am zweiten Eingang, kann der Ausgang des Gatters nicht mehr umschalten. Gatter 1 und 2 sind als Flipflop, also bistabiler Multivibrator geschaltet. Nach dem Einschalten der Betriebsspannung liegt an Gatter 1 über R2 High Potential. C1 lädt sich über R1 auf. Am Anfang wirkt C1 noch wie ein Kurzschluss und legt den Eingang von Gatter 2 auf Low. Damit steht der Flipflop nach dem Einschalten immer in einer definierten Stellung. Der Ausgang von Gatter 2 hat High Potential und die Blinkschaltung läuft. Durch Drücken der Reset Taste kippt der Flipflop um und die LED hört auf zu blinken. Nach dem Einschalten der Betriebsspannung blinkt die LED bis man die Schaltung mit dem Reset Knopf zurücksetzt. Sollte zwischendurch die Spannung mal ausfallen und wiederkommen, dann erkennt man das an der wieder blinkenden LED. Ich hoffe die Idee hat euch gefallen. Wenn ja, dann kennt ihr ja das übliche. Kommentieren, liken, abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten.